Hi Leute, ich fange jetzt einfach mal an die Fragen zu beantworten, weil es sind nämlich mittlerweile echt schon ganz viele und das Video hat noch gar nicht so viele Aufrufe, von daher, ich halte mich mal an. Also, Frage Nummer 1. Was sind deine beruflichen Pläne? Nur YouTube oder was anderes? Lässt du dich da ertreiben oder verfolgst du stetig und klar ein Ziel? Okay, ich fühle mich dazu berufen, YouTube-Videos zu machen. Ich fühle mich dazu berufen, den Menschen zu helfen, beziehungsweise helfen hätte ich mal so doof an. Oh, ich möchte allen helfen. Ich habe einen Helferkomplex, ein Helfer-Syndrom. Ich möchte, dass die Menschen glücklich sind. Und wenn ich dazu etwas beitragen kann, oder mein Wissen dazu etwas beitragen kann, meine Erfahrungen dazu etwas beitragen können, dann bin ich glücklich. Wenn sie glücklich sind, wenn die Menschen glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Und das ist das, was meine Berufung ausmacht. Das ist das, was ich hier mit YouTube mache. Auf jeden Fall, YouTube ist mein Fokus. Auf jeden Fall. Ich nehme da jetzt mal kurz eine andere Frage, die etwas höher steht vorweg. Und zwar, wünschst du dir Kinder? Wenn ja, wie möchtest du deine Kinder ernähren? Frage Nummer eins. Wie wünschst du dir Kinder? Nein, ich wünsche mir keine Kinder. Aus dem Grunde, weil ein Kind mir sehr viel Zeit wegnehmen würde von meinen Zielen. Und das ist eben, möglichst viele Leute zu erreichen. Wenn ich ein Kind habe, müsste ich mich um dieses eine Kind kümmern und könnte diesem einen Kind natürlich alles Mögliche, was ich weiß, beibringen. Ob es das letztendlich übernimmt? Weiß man nicht. Aber durch YouTube habe ich ganz viele Kinder, ganz viele Menschen, denen ich einfach was beisteuern kann auf ihrem Weg, was sie wirklich wollen. Was nicht eine Erziehung ist oder sowas, die man dem Kind vielleicht, weil man selber davon überzeugt ist, dass es gut ist, weil es einem selber glücklich macht. Die man dem Kind dann aufzwingt und letztendlich, wenn das Kind erwachsen ist, sagt, das ist doch alles scheiße hier. Ich mache doch was anderes. Im Grunde genommen habe ich durch YouTube eben eine viel größere und viel weitere Reichweite. Und das ist das, was mich daran so sehr reizt. Ich will gar nicht, dass die Leute so denken wie ich oder dass ich irgendwie für die ein Vorbild bin oder sowas. Das will ich alles gar nicht. Ich will auch gar keine Follower und sowas. Ich will einfach nur, dass die Leute sich von mir Informationen raussaugen können, die für sie nützlich sind. Und, ja, you know, okidoki, welche Änderungen im Hinblick auf deine Lebensträume kannst du im Zuge des Minimalismus feststellen? Ähm, gar keine? Nicht wirklich, ja. Also ich war nie jemand, der so unglaubliche Träume hatte wie, oh, ich muss unbedingt ein großes Haus, ich muss unbedingt ein tolles Auto. Und ich hatte nie wirklich materialistische Träume, Lebensträume oder Lebensziele, sondern immer, mir ging es immer darum, dass ich glücklich bin und dass ich emotional ausgeglichen bin und dass ich, ähm, dass ich mein Leben mag, ja. Weil ich bin ein sehr gefühlsbedrohender Mensch und ich freue mich da total drüber und ich mag das auch sehr an mir. Und, ähm, ja, im Zuge des Minimalismus hat sich daran nichts verändert, so. Weil ich war halt nie wirklich materiell fokussiert. Ich denke, damit habe ich die Frage hoffentlich richtig verantwortet. Ok. Planst du in nächster Zeit ins Ausland zu gehen? Du hattest mal sowas erwähnt oder liegt das noch in weiter Ferne? Ja, ich hatte das mal erwähnt, das ist vollkommen richtig. Ähm, die Menschen, die mit mir, äh, realen Kontakt hatten im Laden, ähm, die wissen, dass ich nach Indien bzw. Thailand wollte. Ähm, das ist erst mal abgesagt, ähm, aus dem Grunde, weil mein Reisepartner nicht mit möchte, weil er noch momentan relativ zufrieden ist. Und ich möchte sagen, ich bin hier momentan auch relativ zufrieden. Also, ich verspüre keinen Drang, ähm, jetzt ins Ausland zu gehen. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil ich noch nie wirklich im Ausland war. Ich war einmal im Ausland. Und das war auf der Realschulabschlussklassenfahrt. In Holland. Ja, das ist alles. Ich war sonst noch nie im Ausland. Und auch sonst noch nie so wirklich in anderen Teilen Deutschlands. So, außer Berlin. Und, ähm, ja, das war's, glaube ich, auch so. Ich war noch nie im Urlaub. Okay. Du, 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 ist jetzt raus. Ja, also von daher, ähm, Ausland ist erst mal nicht Priorität Nummer eins. Priorität Nummer eins ist gerade, ähm, meinen YouTube-Kanal richtig, richtig, richtig ans Laufen zu bringen. Ja, ja, und möglichst viele Leute zu erreichen. Das ist, das ist mein, mein Fokusziel. Ja. So, ähm, den Kommentar nehme ich eben gerade vorweg. Den habe ich ja gerade schon vorgelesen. Wünschst du dir Kinder? Wie gesagt, äh, äh, ja. Wenn ja, wie möchtest du deine Kinder ernähren? Ähm, nein. Aber wie möchte ich meine Kinder ernähren, wenn ich mir welche wünschen würde? Ähm, wie würde jemand anders seine Kinder ernähren oder erziehen, wenn er Kinder hätte oder sich Kinder wünschen würde? Er würde die Kinder nach dem besten Wissen ernähren, was, was er so hat, ja. Ja, also er würde halt das Beste für die Kinder wollen und ich will auch das Beste für meine Kinder, wenn ich welche haben wollen würde, ja. Ähm, ich würde sie vegan ernähren. Natürlich würde ich sie vegan ernähren. Hallo, ich meine, es ist doch genauso unlogisch, dass ein Fleischesser sagt oder dass man einen Fleischesser fragt, ähm, oder einen Allesesser fragt, wie würdest du deine Kinder ernähren? Und er würde plötzlich sagen, na, vegan ist doch logisch, ja. Ja, ist doch genau so unlogisch, wenn du einen Veganer fragst, so, weil, Fleischesser sind davon überzeugt, dass das, was sie machen, richtig ist, ja. Ich bin davon überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist, ja. Warum soll ich Dinge weitergeben, von denen ich nicht überzeugt bin? Err, macht keinen Sinn, ja. So, ähm, wie stehst du zu einer stark rohköstlichen Ernährung? Also nicht 100%, sondern eher 80, 90%, hast du schon mal ausprobiert, jo, ich hab mich rohköstlich ernährt, komplett roh ernährt, ungefähr 1,5 Jahre. Äh, wie waren deine Erfahrungen dabei? War nichts für mich. War einfach nichts für mich. So, ich bin nicht richtig satt geworden, ich hatte die Obstqualität nicht, hier in Deutschland haben wir generell richtig, richtig schlechte Obstqualität. Ähm, und das ist das, worauf man sich fokussieren muss, ja. Außer man will total wenig Energie haben, dann fokussiert man sich am besten auf Gourmet, Rohkost und Fette. Ähm, ja, von daher, Rohkost, einfach nichts für mich. So, ja, tut mir leid. Ähm, 100%, oder, also nicht 100%, sondern 80%, 90%, hat er ja gesagt. Ja, im Sommer gibt's immer wieder Tage, so, ja, da werde ich mich sicherlich so ernähren, aber momentan sehe ich da für mich persönlich keinen Sinn drin. Ich mag auch Stärke. Ich find Stärke cool. Ich mag Pizza, ich mag Pasta, ich mag Reis, ich mag Kartoffeln. Find ich alles super lecker. Ich mag Haferflocken. Von daher, jo, so sieht's aus. Ist nicht mein Ding. Ich muss mal kurz gucken. 8 Minuten 15 und der Akku blinkt schon wieder. Okay, ja, wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.